Liebe Kollegen, sehr geehrte Mitarbeiter von Kultusministerien und andere Regierungsmitarbeiter, die sich angesprochen fühlen, mein Name ist Eugen Janssen, ich bin Kinderarzt, niedergelassener Kinderarzt aus Bad Salzuflen und nach langer Pause mit diesen Videos über YouTube, also mein Kanal ist ja bekannt, wurde gelöscht von YouTube nach der Veröffentlichung von einem Brief, was Frau Bundeskanzlerin Merkel mir geschrieben hat. Ich hatte lange Zeit nichts mehr über YouTube gepostet und habe ich mich jetzt entschieden, wieder ein Video zu drehen mit dem Appell an die Kultusministerien und an die Kollegen, die vielleicht aus dem Bereich HNO-Medizin und vielleicht Allergologen und einfach mal Kinderärzte zu wenden. Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, gerne helfe ich dabei, dieses Video von Eugen Janssen zu verbreiten, der über die Teststäbchen aufklärt und auch gute Vorschläge macht, was man stattdessen machen könnte. Wir haben nur leider zwei Verwarnungen bei YouTube und deswegen das Ganze jetzt als Trailer. Ich habe ein bisschen Sorge, dass YouTube den Kanal sonst platt macht. Du findest die Links in der Beschreibung des Videos oder im angepinnten Kommentar. Ein Klick nur entfernt. Weitermachen.